Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Heute bei Fresh Angezockt spielen wir World of One. Wie immer, danke an den Publisher fürs Bereitstellen des Spiels bei Fresh Angezockt. Wisst ihr, ist das normal, dass mir die Publisher ihre Spiele schicken und ich die dann spiele? Okay, so steht man scheinbar auf. Und so kann man laufen. Und was kann man hier? Langsam laufen. Hier kann man auch Sachen machen. Whatever. It will fly off again, as always. Okay. This rose doesn't bloom anymore and it's my fault. I completely forgot about it when I was watering the garden. Okay, hier ist ein Ferngnot. Kann man das irgendwie benutzen? Das ist die ganze Welt, oder was? So many stars. Jetzt haben wir Wasser. Kann man jetzt damit die Blumen gießen? Ich weiß, was die Blumen gießen. Ich bin Spaß, dass du endlich bekommen. Ich bin doll. Ich bin doll. Muss man damit nicht irgendwas machen mit dem Wasser? Das kann man doch nicht einfach so hier nur hinstellen, oder? Was macht der gerade da? Egal, ich stelle den einfach mal nur da hin. Wird schon schief können, ne? Behind these gates is the amusement park. I think I should have a little fun. Okay. Hier kann man den Eimer gebrauchen. Deswegen sollte ich den mitnehmen. Ich mach mir einfach mal einen neuen kurz. Oder auch nicht. Ich muss den alten wieder einsammeln. Liegt der noch? Zack. Ich dachte, man muss doch mit den Blumen wässern, ne? Weil der hat ja gesagt, der hat vergessen, die zu wässern. Aber naja, war wohl nicht der Fall. Weiß man ja vorher nicht, ne? Oh je. Reicht das nicht? Hier ist ne Kiste. Die kann man da hinziehen. Dann nehmen wir den mal kurz wieder mit. Und die Kiste schieben wir da drauf. So, jetzt fahren wir da runter. Warum auch immer man damit fahren soll. Da oben ist ein Hebel. Ne, ein Schlüssel. Für irgendwas. Deswegen sollten wir wahrscheinlich damit fahren. Boah, hier kann man sonst bequem rumlaufen. Okay. Als hätte ich jetzt den Schlüssel eingesammelt und kann ihn direkt benutzen, Freunde. Was, ein Zufall, oder? Ich laufe gerade nicht selber. Das macht er. Never the less. It seems somehow familier. Like a ghost from some dark and distant dream has appeared suddenly before me. Wow, was ist das? Was passiert hier gerade? Kommt da gerade ein Leuchtturm aus dem Boden einfach so? Ja, what is going on? Why is all this appearing in my world? I wonder where this lighthouse is leading me to. Hä? Oooooookay. Ich bin schon mal in einer anderen Welt jetzt. Mit Fallen, oha. Where am I? What is this place? Okay, da kommt man nicht lang, also muss man hier nach... Oh. I thought I saw someone else. But that's impossible. Habe ich noch mein Eimer? Mein Eimer ist auch weg. Kann man das irgendwie... Kann man. Vielleicht war das jetzt nicht ganz so klug, aber man kann's. Kann man das vielleicht mitnehmen von da vorne oder so? Ah. Okay, das kann ich wieder hier hinlegen. Dann zieht er das wieder erstmal hoch. Vielleicht brauche ich das später. Hier sehen wir die ganze Welt einmal wieder. Mein Haus ist so nah, vielleicht kann ich da zurück. Okay. Was ist das? Einfach mal mitnehmen. Vielleicht braucht man das gleich. The Mechanism is broken. Man braucht es gleich. Man muss nämlich hier... Das Ding klaren. Oh, man kommt schnell genug durch. Okay. Vielleicht braucht man das doch nicht. Direkt. Ah, zack. Vielleicht braucht man das doch. Ah! Das Ding. Okay. Geschafft. Was liegt hier schon? Das ist nix damit, ne. Hä? Woher muss ich damit? Hier zu dem Teil? Ne, oder? Bis hier kommt man ja maximal. Hier ist ja Endstation. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, hier kommt man ja auch nicht drüber, oder? Kann man das irgendwie auspusten, oder so? Habe ich irgendwas? Ne, ich habe nix dabei. Habe ich irgendwas übersehen, Freunde. Kann ich die Dings wieder mitnehmen? Ja, kann ich. Brauche ich die vielleicht hier? Ja, brauche ich. Jetzt habe ich das Ding runtergeschoben, ne? Ne, jetzt kann ich es da hinschieben. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr, oder? Ich hätte übrigens das elektrische Gedöns wieder mitnehmen sollen. Jetzt komme ich dann nie wieder zurück. Okay, das Dynamite habe ich jetzt geklaut. Und jetzt? Lege ich das hier hin, oder was? Ne. Scheiben wir nicht. Ah, jetzt habe ich es ja geklaut. Jetzt bringt es ja nix mehr. Hier ist was zum... Ah, zum Verschieben. Okay, da passiert nix. Woher muss diese Kiste geschoben werden, damit man... ...perfect in Dynamit zündet, ist jetzt die Frage. Passiert immer noch nix. Ich weiß, ich muss das hier in die Luft sprengen. Das ist mir durchaus bewusst, aber... Wie, wollte ich gerade fragen. Ja, mich zerstückelt dabei auch. Das ist so das Problem. Ich habe eine andere Idee. Ich nehme den Dynamit. Lege den hier unten hin. Schiebe das Ding dann rüber. Und zünde. Vielleicht funktioniert das nicht so, wie ich wollte. Da zerscheppert es mich wieder. Also, wir brauchen das Ding. Das steht, denke ich, fest. Dann müssen wir das hier irgendwo hinlegen. Das steht, denke ich, auch fest. Und so ein bisschen rüber schieben. Dann zünden. Warum passiert hier nix? Ich habe das doch in die Flammen geschoben. Es liegt doch quasi mittendrin, oder? Sehe ich irgendwas falsch? Was passiert, wenn ich das hier oben hinlege? Einfach mal, um zu gucken. Da explodiert es auch. Und ich fliege auch wieder 100 Meter rein. Hm. Wir nehmen das. Dann schieben wir das hier hin. Warum auch immer. Das hier hin. Ach, äh. Das hier hin und schnell weg. Man kommt gar nicht so schnell weg, wie man weg müsste. Na ja, Versuch. Vielleicht bin ich gerade auch einfach zu dumm. Ne, das ist unrealistisch. Ich bin zu dumm. Das explodiert halt einfach direkt dann. Das ist so ein bisschen das Problem. Man muss das irgendwie regeln, dass das nicht direkt explodiert. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon die Lösung gesehen, oder so. Aber ich habe ja keine Ahnung. Geil, wie könnte man das hier hochschieben? Was ist das so? Ah! Moment. Ja. Okay. Dann überlebe ich das an. Ich kann finally reach the place where I saw that one silly lure hat. Okay. Hier ist ein Turm. Also mal wieder so ein Knobelspiel, Freunde. Ich fühle mich so light for some reason. Okay. Vielleicht hätte ich springen sollen. Vielleicht auch nicht. Hä? Sehr sharp. I remember how I caught myself on the walls once. Okay. Hier komme ich nicht lang. Was kann ich tun? Da sterbe ich? Hä? Habe ich irgendwas dabei? Nein. Warum springe ich jetzt? Ah! Wenn man in dieser Ballon-Dinger ist. Wenn so ein Ding gerade da ist. Da springen wir mega hoch. Okay. Und 3, 2, 1. Hui. Okay. Hier brauche ich das auch wieder. Hui. Hui. Ja, so kann man hier easy durch. Durch das Level. Hui. 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 Da kommt auf einmal einer aus dem Boden. Oh, gerade so. Hui. Binde ich jetzt gleich einmal rum. Ja, hier ist der Leuchtturm. This journey is getting dangerous. But I don't think I can simply go back home and pretend that I didn't see anything. Und da kommt das nächste Level, Freunde. Aber wir haben die 15 Minuten schon voll. Von daher würde ich jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr von diesem Knobelspiel World of One ein bisschen mehr sehen wollt, dann lasst gerne ein Ja bei der Umfrage da. Oben rechts einfach auf das I drücken, die Umfrage mit Ja beantworten. Ansonsten Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt und über eure Kommentare freue ich mich natürlich auch immer. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin. Hau da rein. Ciao.